Das hat er vorhin gezeigt. Also, er unterschätzt es nicht. Ja. Seht sich gut, der ist jetzt, höre ich auch mal zu. Jetzt, er hört uns außerdem zu. Ja, außerdem hört er zu. Ich. Ja, äh, ja. Das ist so ungerecht. Wir müssen jetzt auf der ganzen Mäbchen suchen. Wir suchen ihn und nicht nur suchen, ne? Suchen ist der erste Schritt nur. Chris, du müsstest mal dich in dem Ingame-Chat, ähm, Ja, du bist doppelt. Das hört sich ekelhaft. Ja, ja. Habt euch ja echt die schwerste Map ausgesucht. Ja, erst mal Fußballspiel. So, jetzt. Äh, ja, ich. Fußballspiel, ja, ich muss erst mal ein Käffchen trinken, ja. Oh, bring mir Bedauern, ich brauche auch einen. Das Wursten, das Wursten, zwei Minuten oder eine Minute lang nicht looten darf. Ja, genau, was noch alles? Das ist ja schon kippig. Also, ehrlich, tschüss. Und hier einfach mit Feuchzen. Nur mit der Pfanne, nur mit der Pfanne. Oh, ja, mit der Pfanne. Ohne DMR oder... Ich wurde heute schon genug auf meinem Smartphone-Count. Also hört jetzt mit Bedauern. Ja, tschüss, 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 tschüss. Und wir haben wahrscheinlich nur eine bestimmte Zeit dafür, ihn zu finden, ne? Weiß ich nicht, ja. Also wenn, wenn Boston Bullitt dieses Match gewinnt, dann gebe ich ihm zwei Flaschen Oettinger aus. Und ohne mit der Wimper zu zutaten. Ich stehe in die, 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 ich stehe in die. Unter dem Titel endlich mal ein faires Spiel. Genau. Wo können wir denn landen? Wann geht denn das hier los? Ich glaube, wir können alle verteilen. Ich habe jetzt mal die Level... Ich folge gerade. Sollten wir jetzt zusammenbleiben oder sollen wir ihm eine Chance geben? Wir können, wir können uns trennen. Wir können schon... Sollten wir schon vielleicht in zwei größeren oder drei größeren Teams zusammenbleiben? Und in einem größeren Team? Ich will, ich will es nicht fragen, dann verrate ich uns ja. Ich hätte gesagt, alles in dem Markt darf. Ich finde das gut, dass grün zusammenbleiben. Ich dachte, der Rest bleibt da auch zusammen. Wieso? Ich bin dran, die gefolgt. Ich bin kaum die gefolgt. Kann ich irgendwo einen Channel runtergehen? Jetzt gehen wir hier runter. Oder mich jemand einen Channel runter... Ich sehe ihn falsch hier. Du kannst selber einen Channel runtergehen im Discord. Das muss ich jetzt machen, wegen Krach. Ich spiele noch gehörig. Das geht nicht anders. Das war Teil unserer Strategie? Ja. Ja, also... Wir haben eine Strategie, fände ich interessant. Gerade weg. Gerade weg. Jetzt ist er weg. Oh, nö. Ja, wir sind hier ganz schön scheiße. Nein, nein, nein. Es gibt einen im Server, der uns... Oh, fuck's sake. Stimmt, ich habe schon mal eine Pfanne. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Das haben wir ja nicht gedacht. Nee. Meine Lieblingswaffen sind hier. Wahnsinn. Die gleich jetzt hier ist, ja. M4 liegt hier. Aber ich glaube, das kann man knicken, das Zeug durchzusagen. Das machen wir lieber nicht. Ich tippe auch, dass ihr nicht mehr als, sagen wir mal, 50 Schuss pro Waffe mitnehmen müsst. Ich laufe schon. Ah, fuck's sake. Ich habe halt auch kein Heuer, ist auf, ne? Wie hoch ist denn dein Skill-Level? Tier 3, Level 300. Warum schwirr gegen Amateure? Echt? Der trifft, glaub's mir. Der macht... Es ist so ein Casual-Server-Line-Lehrgrad. Und außerdem ist er nicht besonders zurückhaltend, Scholl-Lein. Deswegen ist, finde ich, das Experiment ganz interessant. Ah, fuck's sake. Die bucht ihr ja schon weiter. Ich bin, glaube ich, die erste, die... Nee, ich bin eher dran. Wir sind weit außen abgesprungen und ich habe schon ein halbes Leben. Kein Heilstaff. Also ich glaube, ich schaffe es noch nicht mal mehr bis zurück. Ich auch nicht. Irgendeiner ist unterwegs in der Luft, habe ich gehört. Das ist einer von euch. Soll ich versuchen, zu euch zu kommen und euch zu holen? Nein, alles gut. Nee, also wir müssen das Match gewinnen. Das wäre sonst bitte wirklich an meine Ehre kratzen. Und zwar ziemlich schade. Ja gut, wir haben einfach die Fehler gemacht. Wir sind halt außerhalb der Zone gewesen. Von vornherein so. Ja, okay. Ja, wir wollen sich ein bisschen Druck machen. Wir sind mit Dragunov. Ach, da ist Alex auf den Schuss. Ja. Dann haben wir keine Chance. Gibt es Boote? Weiß ich nicht. Ja, aber das hat doch angekommen. Einer war Clever, der hat ein Fahrrad genommen. Das ist schon mal schlau, ey. Das war es. Nee, der ist an mir vorbei. Das war blicken, glaube ich. Ich lasse ihr Fahrrad da stehen. Dann kannst du noch hinterherkommen, vielleicht. Ja, mal gucken. Ich nehme jetzt mal eine Zehnverbände, die ich habe. Mal sehen, wie weit ich komme. So traurig. Wir sind das Fahrrad markiert, ne, gell? Das ist ein Drecksfliegen, ne? Ich lasse sie aus hier. Dragi, komm, Mo. Lass mal in die Zone reinpushen. Ich glaube, wir sind fertig. Ich nicht. Oh, Rucksack, Rucksack, Rucksack. Ich habe noch nicht mal einen Scope. Hat der Gegner gerichtet, oder was? Nope. Also ich nicht. Ina, läuft du zu dem Fahrrad? Dann laufe ich weiter? Wenn einer ihn sieht. Ich bin auch schon raus. Ach, du bist schon raus, okay. Herz, ne, Glückwunsch. Dann ein bisschen Dächtig-Fabel rufen. Ihr könnt übrigens Gegner-Markierungen machen, da kommt die Crate runter. Wenn ihr doppelt auf diesen Ping-Knopf drückt, dann markiert ihr den als Gegner. Du kannst auch gedrückt halten und gesichtet andrücken. Ah, okay. Ja, okay, das geht auch. Dann hast du noch ein Ausrufezeichen als Symbol. Wenn du es gedrückt hast, ich dachte, du musst doppelt klicken. Okay. Du kannst auch doppelt drücken, wieder auch. Okay. Ich finde hier immer nirgendwo heile Sachen. Ich auch. Also ich spiele Häschen, ich fahre einmal durch die Karte, ich habe jetzt das Fahrrad, ich habe eh keine Waffe und kein Heilstuff, bevor ich jetzt irgendwas loote. Das Fahrrad dauert bei mir sowieso länger wie bei allen anderen. Und die Hälfte ist hier schon. Einmal quer durch die Karte. Ich seh ihn. Wo ist die Markierung? Ich habe nur neben meinem Visier oder so. Ich sage nichts. Das ist bei Ina. Seht ihr ihn? Er ist direkt bei dir. Hä? Nein, ich seh ihn. Das ist bei dir. Bei Ina. Ich glaube, ich habe ihn jetzt ausreichend oft markiert. Ich habe ihn auch dreimal gehittet. Ich glaube, der ist bei mir drin. Der ist in dem Ding, der ist in der Kuppel drin. Ja, supi. Ich bin hier unten im Bunker drin. Warte, kann ich runterspringen? Hast du C4? Ja, ich habe mich nicht. Okay. Ich würde mal sagen, ich habe 100 Schaden gemacht in dem Match. Wo war der denn? Ich habe jetzt einen Zweierscope gefunden. Das war es, oder? Das war es. Also komm hier, Boston Bullet, du hast uns enttäuscht. Was ist da los?